Hey, ich hab dich nicht verstanden, ich weiß nur, dass die Antifa sauer ist, weil ich mit einer Linken zusammen bin und die niemanden stehen dazu, davor bin ich mir klar. Meine Frau ist links eingestellt, ich bin rechts eingestellt und wir stehen zusammen und das versteht ihr nicht. Und jetzt stehe ich für eine kleine Zukunft. Ohne Nazis werden wir nicht los. Ohne Nazis werden wir nicht los. Unser Kreuzkreis besteht mittlerweile durch Linken, Richten und Neutralbürger und wir halten zusammen. Das Rad dreht sich weiter, wir entspricht uns weiter. Kevin, wiederhol das mal! Was ist deine Freundin? Wiederhol das mal! Wiederhol das mal! Nein, du sollst doch wiederholen! Ich muss mich verstanden! Achtung! Eine Rede wird noch gehalten! Jawoll! Puh! Riesa! Also, ihr Liebes, hört doch mal bitte zu! Ich werde selber nichts eingestellt! Und was habt ihr Probleme mit? Ich protestiere den Kindersteller! Wieder den Rechten und meinen Liebesklinger! Und wollt ihr was tun, dass die Kinder von euch missbraucht werden von Leuten, die ihr gar nicht kennt? Ja, Mann! Ja, Mann! Ich weiß, dass ich noch dazu mache! Eine Sache! Wenn ihr meinen, die recht proziert sind, ich laufe euch euren Spaß! Seid selber nichts eingestellt! Seid selber linke Freunde habt! Ich stehe dazu! Einfach nochmal wiederholen, wiederholen! Elisa Pfeiffer, bist du da? Kabung, flachgelegt! Meine Leute! Hier, wir sind rechts und links eingestellt! Ich bin selber links! Und ich stehe dazu! Ich habe selber zwei Geschwister, die besandelt wurden! Ich habe Erfahrung damit! Wisst ihr, wie scheiße das ist, wenn man merkt, in einer eigenen Familie ist, mit handelnden Kinder zu leben? Die sind psychisch gestört! Wollt ihr, dass eure Kinder psychisch gestört werden? Wollt ihr, dass eure Kinder jetzt nur noch ins Heim gehen müssen? Weil sie kaputt sind, weil sie Angst haben vor eure eigenen Familien! Weil sie Angst haben vor keinem! Weil sie Angst haben vor ihrem eigenen Freund! Freut ihr das? So ist auch nicht ja! Dankeschön! Dankeschön! Dankeschön!